Wir sind ganz weit unten, irgendwo gelandet. Oh, Gräber. Ja, dann müssen wir uns hier fix eindecken. Macht der was? Angreifen, ja. Normalerweise hilft das, wenn du was hinsetzt an... Oh nein, nicht mehr pack. Normalerweise, wenn du wieder was hinsetzt. Also, Bäume, ne? Ja. Egal, wir brauchen irgendwo Feuer. Pick, 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 spinn, 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 spinn. Ah, gefährlich. Es wird immer gefährlicher. Ja, wird so. Goll, das ist grad mir shit egal. Äh... Was? Ich kann... Ich hab keine Büsche, ich hab keine Büsche. Ich kann nix bauen. Da. Halleluja. Halleluja. Ja, hätte ich auch noch nicht mal, ich hätte noch nicht mal so denken. Ich hab keine Büsche. Ich hatte meine ganzen den Wobes umgewandelt, damit ich pennen kann über Nacht. Okay. Aber das ist natürlich nicht dabei, ne? Was? Ne. Überhaupts. Wen will er? Der kommt aber um, der kommt aber um, der kommt aber um. Der kommt aber um, der kommt aber um. Ja, will er auch noch mich, ey, weißt du? Du... Du... Alter! Kannst du den nicht anbrennen, die Sau? Ne. Das Problem ist nämlich, da du, ähm... Kannst du das Feuer mal eben bis in, äh, oder so? Dann lock ihn da durch. Einfach durchlocken. Dann brennt er nämlich auch. Ja. Stimmt. Ja, weil du wieder so einen riesen fetten Wald abgefackelt hast. Nein! Das war deine Schuld! Nein, nur weil ich einen toten Baum geschlagen hab? Du hast nur Bäume abgeholzt und keine wieder neu gepflanzt. Doch! Ich find's immer meine neu. Nein! Gar nicht, sonst würde er dich ja nicht angreifen jetzt. Äh... Ich mach mal eben so. Vorsicht. Genau, nimm mal schön die Holzkohle mit. Ja. Nimm mal die Holzkohle mit, Flash. Wieso? Anstatt ihn einfach durchs Feuer zu locken eben, na? Nöööööööe. Hab ich doch vorhin. Ja, immer kurz, toll! Uh! Da war Fleisch! Und mit dem Abfar générern heben. weiß man das was meine schaufel damals der welt ich glaube die spinnen sind paket hier waren hier ist wieder ein baum ein bisschen fleisch rumliegt man muss ein paar mehr bäume pflanzen wieder deswegen live giving amulett das habe ich jetzt zweimal ich muss meine sachen los werden das ist eine spinne die springen kann ich sehe schon wieder den tod ich sehe den tod schon wieder so ja ich bin gleich tot besonders wenn das leckt man nicht mit einmal böse spinne ich bin mal ganz schnell weg so ein schweinchen muss eben was los werden kann ich dir denn geben super lexos ja ich will einfach nur nach hause ich glaube der baum hinterher kommt oder nicht ein paar bäume noch gepflanzt sind so eine ebene scheiße weißt du schon das ist mir egal ich muss so ein paar büro sein du spaß drin doch ordentlich habe ich gesagt nur das monsterfleisch machen ja das hatte ich noch im inventar ich brauche platz ja ich habe sieben stück davon ja die kann man gut mit allen anderen sachen kombinieren ein fleisch davon da gibt es fett essen what the fuck was bracht herz brachte blumen ne naja ich bin nämlich fast down ja du hast den rucksack auf ne und down hmmm was hast du noch gegessen pilz den roten ooooh ich sag nicht den roten pilz essen hast du nicht gesagt ich sagte nur grün und blau nicht gesagt aaaaaah viel spaß beim suchen hast du arsch nicht gesagt hättest du doch gefragt ob ich nicht essen habe ich habe massenweise essen mit ahja tuttun naja solange du nicht stirbst ja das wird jetzt auch nicht mehr lange anhalten weil ich gegen dieses gehirn nicht ankämpfen kann ok joa das ist falsch richtung relax nerven extrem naja dann suchen sie mal das ist nicht das am meisten nervt ich habe hier einen stab gefunden starb ist uninteressant für mich gerade dann hast du eine laufendruhe bringt mir gerade auch nichts weil ich weiß wo du bist das ist ja das ja naja äh ist jetzt schön der dunkel super schmierig sturm noch ein live amulett äh ah und über findest du schweine ne und natürlich wieder spinn und du spinnis super super ok bin greifen sich gerade gegenseitig an also dumm sind ach so ne monsterspinne ist rausgekommen eben weil ich die feier weil ich als geister einfach mal reingegangen bin ins nest so jetzt muss ich keine facken bauen aber wenn das so dunkel wird dann sieht man ja gar nichts mehr ach hier ist der abgefuckerte bau und der abgefuckerte wald oder wie ja ja wie soll man jetzt so neue steine bauen können man sagt dass man kann doch so ein beliebungs stein wieder bauen oder nicht sind wiederbelebungs trinke und so irgendwie guck doch mal kurz und ich bin auch ja genau ich google da ich essen und alles verliere du nicht ich google genau ja wenn ich zu wenn ich im lager bin mache ich gern cut mach mach aber nicht mit dem wir sind doch ab ihr schatten viecher diese spider gland aber man kann die nämlich herstellen weiß nicht der baum rennt hier immer nur rum hallo er ist mir in ihn reingegangen hab ich meine karte gedreht ja ja super gehirn 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 und ist immer weiter gehirn 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 warum hast du den auch genommen 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 weil er stark ist ja schön bringt auch nicht viel wenn er so ne Angst hat der Affe ja beim geist hat man immer Angst ja aber nicht so extrem manche vor allem ich bin auch so weit weg das ist auch irgendwie komisch gemacht warum so weit weg ich bin da ganz unten wo wir das abgefuckert haben ja weil wir durch ein Ding gesprungen sind ja deswegen meine ich bin eigentlich ganz schön weit weg von uns und trotzdem hast du Angst das meinte ich ich bin da da bin ich die 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 h man das ding bauen können in der gelände wird einfach zum blitz gut wie ich sagen auch mal fixen kat ja und dann bis später